Ja, erstmal ist es der Hafen im Zentrum von Burg. Wir haben die meisten Gäste. Wir sind ungefähr mit 50, 60.000 Gästen im Jahr bei der Kahnfahrt unterwegs. Ich würde jetzt jemanden suchen, der Freude an der Arbeit hat, sein Handwerk versteht. Wenn wir zurzeit hier weltnismäßig junge Leute in dem neuen Objekt im Terrassencafé, da brauchen wir ein bisschen Führung auch, sind überwiegend Ungelernte. Das ist für mich nochmal so das i-Töpfelchen, einen Restaurantfach Mann oder Frau zu finden, die hier unser Team verstärken. Ich freue mich auf eure Bewerbung. Ich freue mich auf eure Bewerbung.